Vieles gibt es hier zu sehen, eigentlich alles, was das grün-weiße Fußballherz begehrt. Auf den ersten Blick schaut es vielleicht nicht ganz so spektakulär aus, aber wenn man diese Laden öffnet, da kommen dann wirklich die Schätze heraus, wie zum Beispiel diese Original-Taschenuhr von Dionys Schönecker. 105 Quadratmeter ist der Ausstellungsraum groß, mehr als zwei Jahre hat man daran gearbeitet, stecken dahinter und diese Arbeit, wie man hier sieht, hat sich ausgezahlt. In der Mitte dieses Raumes, da steht eine Original-Sitzbank von der Pfarrwiese und das war ja die Heimstätte von Rapid von 1912 bis 1978. Und einer der Hauptverantwortlichen ist Domenico Iacono, der Kurator. Wie haben Sie es denn geschafft, all diese Exponate hierher zu bringen? Ja, dankenswerterweise gibt es bei Rapid viele Sammler und auch die Spieler haben uns dabei geholfen. Auf welches Stück sind Sie besonders stolz? Was ist das wertvollste? Schwierig. Der größte sportliche Erfolg, der mit Robocup-Sieg 1930, ist mit einem Pokal vertreten. Wir haben den Ball des Finales um die Deutsche Kriegsmeisterschaft 1941 und wir haben auch scheinbar unspektakuläre Dinge, wie einen Stoffwetzen aus dem Jahr 68, den ein Spieler-Trikot geziert hat, das ihm vom Leib gerissen worden ist. Was wollen Sie mit diesem Rapidäum erreichen? Was ist das Ziel? Ja, unser Ziel ist, so viele Rapidler und Fußballinteressierte wie möglich zu gewinnen, ihnen die Geschichte zu vermitteln, die Vereinsgeschichte, die Gesellschaftsgeschichte und das auf eine hoffentlich spielerische und unterhaltsame Art und Weise. Vielen Dank, Herr Jacono. Man will also an die Geschichte, an die großartige Geschichte von Rapid erinnern. Jede Menge Trophäen, Pokale und Fotos, wie man hier sieht, sind zu bewundern. Auch die Rapid-Ikonen Hans Krankel, Ernst Happl, Bimbo Binder, Michael Konzl oder auch Helge Bayer sind zu begutachten. Ja, meine Damen und Herren, das war eine kleine, aber feine Rundreise, ein kleiner, aber feiner Rundgang durch das Rapidäum. Ich hoffe, Sie haben erste Einblicke gewonnen. Ja, er liefert Peter Schöttl momentan keinen Grund, wieder auf Bayer zurückzugreifen. Die Bilanz des Lukas Königshofer, drei Spiele, ein einziges Gegentor, ein sicherer Rückhalt. Der Admirer gab es hingegen zuletzt Diskussionen um die Nummer 1. Patrick Tischler erhält aber weiterhin das Vertrauen von Didi Kühlbauer gegenüber Hans-Peter Berger. Die Südstädter heute unverändert gegenüber dem letzten Spiel, dem 1 zu 2 in Salzburg. Naja, nicht ganz unverändert, sie haben sich für heute einen Schnauzer stehen lassen. Frei nach der Devise, Winning Ugly. Die Rapidäum mit einer Veränderung anstelle des gesperrten Guido Burgstaller. Spielt Atenuio im 4-2-3-1 die Sturmspitze. Freistoß, Admirer, Blasnegger, Hosina, erste Möglichkeit nach zwei Minuten. Rapidler mit einem sehr variablen System, Trimmel und Drahtzahn auf den Flanken wechseln. Immer wieder die Seiten. Trimmel, Nuju. Und Tor, 1-0, fünfte Minute, Rapid führt. Der Torschütze Atenuio, die Sturmspitze, statt Burgstaller. Aber war es ein Handspiel? Schauen wir uns das jetzt an. Fährt da den rechten Arm aus und hat sehr nach Hens gerochen, dieser Führungstreffer. Für Rapid. Aber Schiedsrichter Schörgenhofer gibt dieses Tor. Hosina gegen Sonnleitner. Und da fällt Hosina, regt sich auf. Will einen Elfer und er hat recht. Sonnleitner im Fallen, reißt die Beine hoch, bringt Hosina damit zu Fall. Also berechtigter Protest hier, der Admirer. Und wieder die Rapidler. Trimmel, abgefälscht von Dibon und Tischler. Nicht leicht zu halten, aber Patrick Tischler hier auf dem Posten. Drahtzahn auf die andere Seite, zu Trimmel. Jetzt wieder Drahtzahn rechts, Trimmel links, das wechselt ständig. Nojo! Riesenmöglichkeit aufs 2 zu 0. Die beste Phase von Rapid, Drahtzahn und Tischler. Ja, Teamchef Marcel Koller sieht eine wirklich gute Bundesliga-Partie. Riesenmöglichkeit. Und wieder zum Ball. Gut der Schuss und Königshofer. Patrick Jeschek. Blendender Techniker. Gute Möglichkeit. Und dann liegt Daniel Drescher am Boden. Wir sehen warum. Foul von Nujo. Steigt ihm da hinten drauf. Ja, Admirer Innenverteidiger muss raus. Er hat Mierer in dieser Phase mit einem Mann weniger am Platz. Die Unordnung hinten. Ja, und fast dieses Eigentor von Dibon. Ja, Drescher leitet eine Fersenbeinbredlung. Für ihn kommt Andi Schroth. Lassnecker. Ja, und Sandi Latte. Da hat sich Königshofer leicht verschätzt. Außenstand 1 zu 0. Mit diesem Ergebnis übrigens Rapid und Ried ex equo. Winterkönig. An Nujo. Nujo gegen Schrott. Und da hebt er ab. Da geht sich der Scherbenhofer. Zeigt folgerichtig gelb für diese Schwalbe. Von Ati Nujo. Drei Stoß von Schwab. Admirer in dieser Phase. Die dominierende Mannschaft, die Südstädter, drängen auf den Ausgleich. Korna Jeschek. Und Tor, da ist er. 55. Minute. Andi Schroth mit dem 1 zu 1, der eingewechselte Spieler. Sein erstes Tor für die Admirer. Insgesamt sein sechstes und vier davon hat er übrigens gegen Rapid erzielt. Admirer drängt weiter. Südstädter jetzt die bessere Mannschaft. Osina, 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 allein vor Königshofer und er schießt drüber. Das war die große Möglichkeit auf die Führung. Und sie wäre gar nicht so unverdient gewesen in dieser Phase. Aber Rapid er fängt sich. Der eingewechselte Deni Alla. Ein gutes Spiel mit guten Kombinationen. Naja, ein paar Fehler gibt es auch. Der von Jeschek. Hoffmann. Alla. Alla. Aber da verdändelt er den Ball. Ja, Peter Schüttl sieht seine Mannschaft jetzt dann wieder etwas stärker werden. Schroth, furchtbarer Fehler. Alla. Er kämpft sich hier den Ball. Deni Alla. Alla. Und Tor. 2 zu 1. 78. Minute. Die Führung. Und das zweite Tor von Deni Alla für Rapid. Rapid hat sich gefangen und hat die Führung wieder zurückgekämpft. Aber wie gesagt, ein packendes Spiel mit guten Szenen auf beiden Seiten und ein Traumtor von Deni Alla. Natürlich begünstigt durch den Fehler von Andreas Schrott. Weiter hat Mira Seebacher. Kein Problem für Königshofer. Jetzt natürlich Platz für Rapid. Alla. Und Tischler. Deni Alla. So, wir sind in der 93. Minute. Da kommt nochmals zur Admirer Daniel Dott. Ein Heber, aber drüber. Rapid gewinnt dieses Spiel schließlich mit 2 zu 1. Und Roland Hönig hat mit den Akteuren einiges aufzuarbeiten. Haben Sie mitbekommen, dass das 0 zu 1 ein Handspiel war? Das war ein Handspiel auch noch. Gut, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe nicht mitgekriegt, dass in der Hälfte mit einer klaren Hälfte an uns war. Ja, an Philipp Hosiner. Und das habe ich sehr wohl mitgekriegt. Aber das mit dem Handspiel gar nicht mitgekriegt. Aber danke, dass ich gesagt habe. Haben Sie mitbekommen, dass der Führungstreffer ein Handspiel war? Nein. Ja, wir haben einen toten Gegner wieder zum Lämmer weckt. Wir waren nach dem 1 zu 1 gerade die bessere Mannschaft. Ja, und dann habe ich leider den Fehler gemacht. Darf nicht passieren. Speziell zur zweiten Halbzeit haben wir eigentlich versucht, das Spiel uns enttrennt. Das, was uns fast geklückt war, wir haben das 1 zu 1 gemacht. Und dann haben wir gedacht, dass es in unsere Richtung gehen wird. Und haben dann noch die riesige Chance auf das 2-1 gehabt von Philipp. Und dann kriegst du eigentlich wiederum einen Fehler von uns leider. Und der Al hat das sehr, sehr gut gemacht. Wie fühlt man sich als Matchwinner? Ja, sehr gut. Also, das waren halt sehr wichtige drei Punkte, dass wir jetzt in der Winterpause von oben herabschauen können. Und das war sehr wichtig. Wenn man auf Nummer 1 steht, kann man nur zufrieden sein, oder? Ja, es war extrem schwierige sieben Monate, seit ich da bin. Ja, es ist einiges vorgefallen noch. Einiges war noch zum Tragen aus der Vorsaison. Und ja, es ist immer noch ein bisschen eine seltsame Stimmung rund um die Mannschaft. Und deswegen bin ich heilfrau, dass wir gewonnen haben. Ihre Rapid-Fans können sich freuen, ein paar Wochen lang, dass der Beat an der ersten Stelle ist. Ja, die seltsame Mannschaft in guter Stimmung. Sie feiert als Winterkönig Weihnachten. Die 19. Runde für Sie. Der Winterkönig. Die Austria kann morgen mit einem Sieg dem Spitzenduo bis auf einen Punkt nahe kommen. Und am Tabellenende, da macht wieder Neustadt einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Der Vorsprung der Niederösterreicher auf schlusslich Kapfenberg beträgt jetzt bereits zwölf Punkte. Und der Abstand zwischen den Obersteirern und dem neunten Matersburg beträgt unverändert sieben Zähler. Ried spielerisch besser, stürmt Graz ab im Konto erfolgreich und Wolf erzielt das 0 zu 1. Sein zweiter Saisontreffer, keine Chance für Rito Itagebauer. Das ist auch der Pausenstand. Verärgerung bei Ried-Trainer Gludowatz. Aber Ried drängt auf den Ausgleich. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Nur noch wenige Sekunden dauert das Spiel. Und das 1 zu 1, ein sehenswerter Treffer durch den Spanier Karil. Das ist auch der Endstand. Ried gegen Sturm Graz, 1 zu 1. Jubel unter den 5000 Zuschauern. Auch bei Kapitän Gebauer, der den Herbstmeisterpokal in der Welt hat.